Hallo zusammen, mich hier ist wieder, Herr Scheller, und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns hier in Revendrest nur als Ventia spielen können. Und zwar das Mount von Harika, die schreckliche Fledderschwinge. Und dieses Mount könnt ihr nur, wie gesagt, als Ventia spielen. Und zwar müsst ihr dafür einmal hier in eurer Packzentrale im Seuchensturz den Anima Conductor so einrichten, dass ihr hier nach unten einmal das Anima leitet. Das könnt ihr mit einem Anima Conductor Stufe 1 schon auswählen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier mit dem Typen zu interagieren und dem einen Bolzen zu geben, um dementsprechend Harika vom Himmel zu schießen. Wenn sie runterkommt, könnt ihr sie töten und dann gibt es etwa eine Drop-Chance von 1-2%, dass sie dementsprechend das Mount fallen lässt. Das könnt ihr dann wiederum nur als Ventia looten. Ich vermute, ihr könnt es quasi auch mit umhauen, mit einem Ventia-Char, ohne dass ihr den Anima Conductor dahin geleitet habt. Bei mir war es tatsächlich aber schon mal so, dass er dann nicht als Rare angezeigt wurde. Deswegen bin ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob es dann nicht vielleicht eventuell rumbugt. Dementsprechend leitet lieber selber den Anima Conductor hin. Dann könnt ihr hier oben diesen Bolzen looten. Der ist hier bei den Koordinaten 24-80. Sobald ihr den gelootet habt, könnt ihr dann runter zu dem großen Duda gehen und bei ihm den Bolzen abgeben und dann mit ihm quatschen. Jetzt nehmen wir mal, wo habe ich denn meine Goblin-Gleiter hier? Einmal zu ihm runter. Das müsste passen, etwa hier hin. Und dann quatschen mit ihm, geben den Bolzen ab und dann, ganz wichtig, wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Jetzt hat er den Bolzen in der Hand. Hauen wir rein und dann schießt er jetzt quasi Harika runter und ihr könnt es umhauen. So, solltet ihr das jetzt hier ein paar Mal gemacht haben, kein Glück haben, gibt es noch eine zweite Alternative, die ich vorhin gesehen habe, als ich beim Rüstungsmeister war. Und zwar beim Rüstungsmeister in Sündensturz von den Ventir gibt es die Möglichkeit, das Mount auch zu kaufen für 5000 Anima und 100 gute Gaben. Diese guten Gaben bekommt ihr unter anderem von Harika, beziehungsweise wenn ihr den Anima-Kontakte gebaut habt von verschiedenen Quellen. Das ist so eine Art Bad Luck Protection. Mit meinem Main habe ich mittlerweile schon über 200 gefahren. Mit dem Twink habe ich jetzt erst 30 Stück. Harika droppt immer zwei Stück zum Beispiel. Später, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen weiter aufgebaut habt, zumindest bei den Necrolords, habe ich dann noch eine World Quest bekommen, die gute Gaben bringt. Dann habe ich noch Daily Quests bekommen, die gute Gaben bringen. Ich denke mal, das wird bei den Ventir auch der Fall sein. Also heißt, ihr kriegt immer mehr gute Gaben, aber ich würde euch tatsächlich raten, da ihr die guten Gaben nicht nur fürs Mount braucht, einfach das hier zu farmen, ihn immer wieder umzuhauen und wenn ihr es dann gar nicht kriegt, dann könnt ihr es euch immer noch für die guten Gaben, 100 Stück und 5000 Anima beim Händler kaufen. Finde ich eine schöne Sache, dass Blizzard da so eine Bad Luck Protection reinhaut. Für beide Quellen braucht man aber halt die Voraussetzung, dass man Ventir ist. Dementsprechend als anderen Covenant könnt ihr es nicht holen. Ihr könnt aber dann mit eurem Main zum Beispiel zu den Ventirs switchen oder ihr spielt euch einen neuen Schar hoch, mit dem ihr auch dann hier Ventir nehmt. Gut, damit soll alles gesagt sein. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!